Hallo Leute, Freunde und äh, ja, äh, Neugierige, genau, äh, ich bin Lolli, Nachname Lovebeer und ich bin jetzt auch hier bei, ähm, wie heißt der Sender nochmal, YouTube vertreten, ähm, auf Facebook bin ich schon mit meiner eigenen Seite und ich wollte euch mal zeigen, was ich so alles habe, ich habe auch ganz viele Videos, die werde ich hier alle noch so nach und nach hochladen, da könnt ihr euch mal gucken und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz so ein paar Kleinigkeiten, hier zum Beispiel meine Katze, das ist meine Katze, die habe ich gefunden und ja, seit letztem Jahr ist sie bei mir, hat sich komischerweise auch noch nicht herausbewegt, naja, egal, ähm, dann habe ich jetzt hier noch was vorbereitet für euch und zwar ein paar Dominosteine, pass mal, guck mal, da, da, oh nee, hör mal, ich bin da versehentlich dran gekommen, Lolli, es tut mir ja sehr leid, ich habe geschlafen und da bin ich mit der Hand irgendwie da dran gekommen, ich habe nichts gemacht, ich habe geschlafen und, hör mal, ich baue das wieder auf, ja, ich mache das wieder in Ordnung, ja, bitte, ja, tut mir leid, aber das war ja kein Absicht, Mensch, jetzt wollte ich euch was zeigen, ein kleines Highlight, naja, egal, Highlights kommen noch genug, ganz viele Highlights, ich habe ganz viele und ich sehe hier einen, so, und jetzt sage ich mal, wie immer, Schüssi-Kofsky Ich Eeeeee!